Musik 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 Yo guys Der Blue Gangster ist mit einer anderen Part Dragon Ball Ich glaube das hier ist das letzte Kapitel Ich weiß es nicht es klang Am Ende des vierten Kapitels so, als ob das hier das letzte war aber man weiß ja nicht, vielleicht kommt noch was Auf jeden Fall, je mehr es gibt desto freue ich mich, wenn es auch schon vorbei ist dann war es ein schnelles LP meiner Meinung nach Einfach mal reinhauen Die Siegkämpfer haben ja nicht mehr und die böse Energie besiegt Son Goku reißt in die Hülle 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 Um Himmel und Hülle 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 Spaß Normalität zurück zu geben Alright then, let's start this bitch Blah 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 Blablablablabla Blablablabla WTF? Damn Ist der jetzt ausgewischt oder nicht? Auf jeden Fall hat es fett getroffen. Was erhobst du dir eigentlich? Damn. Warum trefft sein Scheiß und meiner nicht? Ist das gerade dein Ernst? Er regt doch einfach. Wieso? Alter, was war das gerade? Und was kriege ich? Na, es war so klar. Nur weil ich so viel Leben verloren habe. Hm. Okay, nächstes Mal geht's weiter. Ich hab einfach keine Ahnung, was für eine Stimme ich für Galen benutzen soll. Egal. Egal. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich hab eine Chez. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. what the fuck fritzel was habe ich für sie gesagt all right all right all right all right all right Alter, die schwätzen zu viel. Fack doch drauf. Mach doch jetzt endlich. What the fuck is los? Oh Mann. So, kann ich mich schalten? Nein, ich kann mich nicht freuen. Okay, los geht's. Ja, Wichser, das war so klar, das war so Freezer Prioritäten logisch. Scheiße, er hat das Ziel gezogen. Jetzt hab ich den. Bam, 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 schade er hat nicht alles angekrochen. Alter, wie lange der braucht? Ich bin ein Erster Draht. Ah, fuck. Jetzt hab ich den. Nein. Nein. Oh Mann, wie das anpisst. Jetzt aber. Oh Mann. Oh. Bam, 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 bam. Widerlich alles getroffen. So, zack, jawohl, noch erwischt, ja gut, ein S-Rank wahrscheinlich, ja nicht mal ein A-Rank, ja war irgendwie klar, so, nein ich mach das jetzt nicht, das war mir gerade zu anstrengend, das Game geht zu lange, wer weiß, ob es vielleicht noch länger wird, ey, ja ok, ey, echt traurig, voll 800 Krillin gefickt, Alter, krass, 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 Krass Ok, aha, du warst wieder auf den Kampi jetzt. Okay, ich verspät und cool. Ich bin vielleicht tot, aber ich nicht. Alright. Okay. Oh shit. Oh shit. Hm. Ja. Hm. Hm. Alright. Let's do this. Ja, du pisser. In deiner Fresse, Alter. Was du entführst wie Delto Huren, Alter. Ja komm. Wenn du dich schon pushen willst. Ich bleib zurück. Und das. Et du das vor. Shit. like! Das obra shutdown. Tja, damit hätt ich nicht gerechnet, wa? So, was kriegen wir? Ein Isran. Okay, cool. Okay, cool. All right. Stier. Hm. Das klang gerade ganz anders. S.A.S.C. Da, die Dragon Boys. Ruhi. Okay. Hier ist der Preis, cool, eine Angegapsel. Das ist also deines, Bruder. Hm. Was für Homo-Twist. Oh mein Gott, der ist Homo zu seinem jüngeren Ich, Alter. Das ist doch echt traurig. Das ist doch echt traurig, Alter. Ich schütze die Dach gerade. Okay, dann. Let's see if this works. Ja, genau. Fuchtel einfach in der Luft rum, Trunks. Und Cell trifft mit jedem Scheiß mit dem er kommt. Fuck. Ja, ich glaub, das wird nix mehr. Egal, ich probier's. Stier, wie der mich erwischt hat. Aber krass, dass einer mal die Ulti-Attack sie einfach so abgibt. Ist das Niveau doch ein bisschen gestiegen. Mach doch. Sonst hätte das noch zu spät gemacht. Bam. Sehr schön. Ja, als ob ich da was mach. Warum muss das andauernd daneben gehen? Fuck man, ich hatte nicht mehr genug Key. Jetzt trifft er mich noch zuerst. What the fuck is wrong here? Also für Leben gibt's schon mal kein Sie. Definitiv nicht. Aber wenn der Kombo jetzt trifft, dann müsste es eigentlich gewesen sein. Eat this. Bam. Jawoll. Jetzt kriegen wir ein A und ein S noch. Krant. Und tschüss. Krass, die haben noch drauf gehauen. Alles klar. Übertreib doch, Alter. Alter. Wie die den vernichten grad. Der hatte gar keine Chance. mit raus. Nee. Jawoll. Alright then. Krasser Scheiß, zwei neue Objekte. Und Broly, äh, wen haben wir denn alles? Freezer, Cooler, Cell, Broly, wie gibt's noch? Ähm, Legendary Broly vielleicht kommt noch und dann Janimba eigentlich. Hm. Ist da nicht der normale Broly drauf, warum ist er jetzt schon direkt verwandelt? Ja gut, es hat ja auch keinen Sinn gemacht, wenn er schon verwandelt ist, dass er sich dann wieder zurück verwandelt. Hm. Ja, ich hatte gleich Zeit, der Maul wirklich so. Alright, let's go! Wieder einmal, Goku vs Broly! Ich wollte schon wieder so aufladen. Dammit! Kann ich mich eigentlich verwandeln? Nein. Die hat das gerade viel abgenommen. Ich kann mich wirklich nicht verwandeln. Ich das! Schade. Toll daneben. Geh doch zur Seite, verdammt! Das hat wohl nicht funktioniert, boah. Schade, dass man das nicht unterbrechen kann. Alright. Ähm, warum hat der jetzt nicht... Egal. Jetzt aber... Nein! Hätte das ein bisschen... Der hat es mit Absicht voll aufgeladen, weil er weiß, dass ich dann hinter ihm aufgetaucht werde. Dammit! Das nützt nichts. So gewinnen wir nicht. So nicht. Fuck. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, übertreib doch gleich, alter. Damn. Schnell wieder zurück, verwandeln. Verwandle dich doch! Oh, falsche Taste. Wieso hat der sich nicht verwandelt? Ja, weil ich wieder... Ah, fuck man! Das geht doch gar nicht. Ja gut, diese Runde verlieren wir wahrscheinlich wieder. So. Endlich! wenigstens etwas abgenommen jawohl warum ich drücke Teleportation, dass er hinter ihm kommt weil ich mich geschützt habe und er macht es nicht ich check es nicht warum teleportierst du dich nicht, verdammt greift doch an trifft nicht gut ich habe doch extra während seiner Attacke gemacht, dass ich mich hinter ihm teleportiere, aber nein BAM IN YOUR FACE man war das knapp ist ein bisschen länger aufgeladen, dann hättest du nicht getroffen hat Hoffnung trifft es krass krass nein das trifft nicht, nein das trifft nicht, nein das ist gut und jetzt ist es vorbei es ist KbHbH jawohl läuft bei mir läuft bei mir ja und wieder nur ein scheiß Essen alle obwohl wir so gut waren Ich verstehe! Und das verstehst du nicht, verstehst du? Du schläfst gerade, oder? Du träumst. Was ist hier los? Das hier passiert alles nur in Soongohans Traum. Heilkörperliche Presse. Er träumt von den Leuten, die er liebt. Er vermisst seinen Vater wohl sehr. Kann sein. Wenn er wieder zuhause ist, vergisst er alles, was passiert ist. Ich verstehe, Kling. So er einsam wäre. Wird er das? Er wird ein Einsamer sein. WTF? Der hat dich kurz vernichtet. 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 Jama. Stier Kidboele. alter geht der ab auch bisher alles auf einmal so schnell ich ausversehen ja und ich habe ausgeschlossen wie die speed-taste also ich höre ja den die lautstärke nicht weil es sonst doppelt im video wäre deswegen kriegt es gar nicht mit ich dachte so warum ist das schon so also ich wäre da schon mitgekommen das ist jetzt nicht das problem aber piko anregt mich auf und der verreckt jetzt oh man Das war doch irgendwie klar, egal, diesmal schaffen wir es. Hoffentlich ist PyQuant so gut. Boah, das wird ne fette Kombo, Alter. Ich hab wieder so viel Leben verwirrt, ist doch abnormal. Dieser PyQuant regt mich echt auf, Alter. Verpiss dich doch mal, Mann. Klar machte das so. Schade, funktioniert nicht. Verreckt doch endlich, Alter. Sein fucking Ernst? Ist doch unmöglich egal. Schafs drauf, dann halt noch einmal. Sehr gut. Du hältst mich da nicht auf, Alter. Hoffnung. So, jetzt noch einmal. Nein, er ist hinter mich. Ah, das hab ich total vergessen. Der hat jetzt viel. Ansonsten hätte es jetzt echt funktioniert. Krass. Du Wichser. Stier. Hier, ich kann auch Kibbele schmeißen. Hier, ich hab ein Opfer, Alter. Verrecker, Alter. So ein Wichser, Alter. Ist doch unmöglich, Mann. Dass ich da noch ein A bekommen hab Ist doch krank What? Nein Scheiße, Alter Zwei neue Objekte bekommen Okay, was geht jetzt ab? So Zuerst oben und dann unten Ganz einfach Tch Achso, und jetzt je nachdem Geht zu Bu oder Geht zu Jalemba oder wie? Das ist so krank Hier, ich dich, Alter Nein, er hat sich wieder hinter mich teleportiert Spiel Spiel Ech dich Jawoll Voll abbekommen Hoffnung Jetzt hab ich dich Jetzt hab ich dich Dieser Wichser Jawoll Zuerst oben und dann unten Alles klar Alles klar Was hab ich jetzt gemacht Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab doch unten gemacht Und nicht zwei Schichtdings Ich hab doch nach unten gemacht Weil ich zuerst Gojita wollte, oder nicht? Ja, ja, ja Vegito Genau, richtig Ja, passt doch All right, dann Let's go Final Kameh Final Kameh Final Kameh Wie komisch der sich da dreht Ja, was ist das? Achso, ein Counter Krass Ja, wenn ich ihn wegfetze, dann bringt der Counter auch nichts Jawoll So, jetzt mal gucken, was so drauf hat Ah, Döner auf Spieß Oder darf ich? Hat auf jeden Fall getroffen, war cool Zum Glück hab ich mich geschützt, ey Vollidiot Gets Seht Final Kameh Schade All right Janemba is done Vegito wins Und was kriegen wir? Einen S-Rank Gangster Blablabla blablablabla Blablablabla so jetzt muss das kippe und let's go so den aufspiel hat krank gezogen der mit sagt ja gut das nicht manchmal funktioniert und manchmal nicht mein kamehameha ist auch nicht gerade ja scheint nicht zu bilden egal auch ein neues bämm zack läuft halt ich muss gucken dass ich es hinbekommen eben zu krissen ist halt scheiße mit dem sidestep und sidefly und was ist ich was alles so jetzt aber dünner aufspiel ja komm das hätte doch eigentlich treffen müssen jetzt ich habe keine ahnung was ich gegen die attacke gerade machen oha übertreibt doch auf jeden fall schon mal keinen c rank das wird gerade zu einem a rank funktioniert auch nicht was macht man denn oh shit der hat es abgeklopft jetzt aber den aufspiel ja läuft doch muss ich ihn noch mal hinten damit ja ich hab direkt hingekriegt ich dachte da war ich da aus so sieht so aus und sag ich doch dann wird dieses ding unten jetzt mal das teil fertig gemacht hat läuft doch bei mir das sieht schon krank aus mit dem blitz muss ich schon sagen naja egal pipe one verpiste ich jetzt hoffentlich dieser kayo shin oder wie der jetzt auch heißt lasst mich mal überlegen kibito shin genau verpiste ich jetzt hoffentlich und what ein jahr ah damn ja man wie scheren die sich das jetzt ja gut das heißt immer morgens mittags nachmittags abend gegen abend und nachts also fünfmal am tag müssen sich gg und 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 bulma fusionieren ja gut das war gerade die beste bessere lösung weil im raum von geist und zeit vergeht die zeit ja schneller als auf der erde all right then und so kehrt wieder friede auf das universum aber goku und vegeta werden erst über einem jahr wieder getrennt vegeta ist der stärkste im universum aber was passiert wenn sie den beiden stärksten ehefrauen gegenüber stehen da mag niemand zu sagen so sieht es aus und hier ist die endings sehen die ich eigentlich skippen will aus dem grund weil der eigentlich noch was übrig bleibt ich weiß nicht soll ich machen soll ich nicht ich wandel ja super sehen wieder rein wieder haben wieder rüber ja alles ist was kommt jetzt ich glaube schon kochita all right let's go kid bro holt erstmal John Lambert auf die KC in your face BANG! jawohl er hat direkt getroffen kranker scheiße fucker es ist so ein scheiß mit diesen kleinen kiebeln ich pisse mich so was von an einfach ab normal all right so jetzt in your face schade er hat sich mal schätzen können ich muss ihn jetzt treffen damit es weg bleibt damit es nicht wieder auf geht eigentlich cooles system muss man schon sagen still da seht ihr es ah der kriegt gleich sein ganzes leben wieder da hat meine beste auch nicht gebracht ja die hat es jetzt schon nicht gebracht scheiße war es alter wie ich gerade kassiert habe so jetzt alter fuck off John Lambert ja jawohl er hat sich unterbrochen ich dachte schon so jetzt aber nein das gibt nicht nein das gibt fuck oh shit der hat mich fast jetzt hör doch auf alle das kann es doch nicht sein mach ich meine ganzen ultis umsonst der wär schon längst weg wie er frisst das das hätte mir viel viel schon einfallen müssen ah ah damn man egal diesmal kriegen wir los geht's let's go fängt ja schon mal gut an jetzt eat that wie hat das mich von da hinten gekocht Alter so jetzt hier ich kann hier nicht wegfüllen diese Huren froze bam 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 now eat that der schützt sich wieder scheiße jetzt muss ich ihn aber retten jawoll ich dachte schon der es hat wieder nicht funktioniert wichser egal diesmal krieg ich dich bam jawoll schon wieder hat es mich von zu alter kassier ich wieder gerade ich darf aufhören das ist doch unglaublich so los geht's bam jetzt bin ich weg und ich bin weg alter klein nur mal weil du frisch warst natürlich gewinne ich schade kein z rank alles immer noch ja natürlich fusion was denn sonst immer noch s rank kein z rank kein einziger im kompletten kapitel was geht hier falsch ja schwätz doch nicht und mach doch einfach sonst fange ich wieder mit meinen gefasel an ey fusion ja ha fusion und jetzt hier geht's der beste Charakter der ever ist was ist und ever wird go cheetah ich komme mit johnny das ist jetzt mit kid boo was ist er na deswegen war er gut mit cheetah alles klar das freut mich ja verwassel dich gut jetzt geht's los doch cheetah versus the cheetah ja copy meine eier let's do it so los geht's ich weiß nicht ob es ah damn ob es euch aufgefallen ist aber anfangs scheint es immer ein bisschen zu hängen die aufnahme ich weiß nicht wie das dann im endvideo aussieht hoffentlich ist es nicht zu schlimm ich finde die qualität schon mal richtig böse und wieso hat es jetzt einfach nicht gebrochen ich check's einfach nicht ja diese huren keyblaster pissig alter sind die gerade schnell was geht denn da ab ja auf jeden ah fuck off kannst du nur kontern machst du wie 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 also kein tekken parry oder was alter alter das ist ja mal richtig gimmick und bam in your face er hat sich zwar geschützt aber es hat deftig gezogen jetzt muss ich hier nur noch treffen komm schon ey das ist doch unglaublich jawoll Hoffnung trifft es jawoll alter jawoll alter jawoll alter so jetzt nochmals drauf alter und dann warst es ja fick dich doch ich wollte ja gerade verarschen alter wie einfach alles durchgeht frisst das so gleich hammer wieso hä ich hab ihn doch getroffen wieso ist er nicht verreckt what the hell warum ist er so schnell was ist hier los warum hä ach so jetzt check ich ich hatte gerade den ganzen fight of speed up mode stier voll reingeschissen egal jetzt läuft es richtig gut und jetzt frisst meins ist zuerst dran aber meins besser ist bang ja fett getroffen ich bin jetzt zurück verwandt weil du zu schwach bist warm damit shit ah fuck ich in die in der face jawoll wieder getroffen krank da jetzt das wieder auf normale geschwindigkeit läuft kann ich besser spielen und ich frage mich schon die ganze zeit so ich hab schon gefühlt irgendwas stimmt da nicht das kann es doch nicht sein jetzt weiß ich es ja frisst nein der hat sich verteidigt scheiße du scheiß packst du mich du scheiß packst du mich so jetzt komm komm greif an na diese scheiß dinge komm doch greif doch an greif doch an greif doch an na komm verstehe ich hab nicht genug key jetzt aber greif doch richtig an mann jawoll das war's say goodbye du vichido bitch gojida rules so punish eat this in your face ja das war einfach mein erster c-rank who rules who so geht sanna yeah vichido besiegt go du fick dich doch gojira besiegt mit tino so geht's ich starte grad was vom farce egal gojira ist verfickbar yeah mein erster c-rank all right so auf zum final fight versus johnny bar eigentlich gibt's nur direkt soul und dann direkt koer direkt wieder z-rank mal gucken ob's funktioniert wie das schade er hat sich verteidigt jetzt kriegt er wieder sein ganzes leben wieder das ist doch unmöglich seht ihr wie schnell sich das wieder jawoll so aber jetzt kassier ich so ein punisher ich hab jetzt wieder aus wir sind auf fast getriegt ich glaub ja ich hab's gesehen sorry for that eat this soo komisch ja in your face jawoll wie krank das getroffen hat und das kann nicht mehr aufglauben nicht mehr scheiße ich glaub c-rank wird's nicht mehr krank wie der gerade kassiert na das holt punisher ich kann die fett spam b nein daneben verstehe ich hätt ihn einfach angreifen sollen hoffnungsdrift das wird nicht mal in s-rank so wie es aussieht so viel leben wie ich schon verloren hab big bang big bang in deiner presse und vorbei Issa und once again gojita wins es hab ich doch gesagt kiksir er ist der nicht jawoll ihr habt's geschafft ja man ich bin müde und hab Hunger mir geht's genau so wir haben's hingekriegt bitte ist nicht verrückt von Kakarot Ka- was? Me-ha-me-ha- beide Kamehameha what the fuck is wrong here what the fuck Kamehamehas besitzt what the fuck ja die haben's nicht hingekriegt Stier Kaioken Bam krank Super Saiyan kranker Super Saiyan Goku auch krank Super Saiyan 2 Vegeta krank Super Saiyan Goku krank Super Saiyan 3 getötet ok jetzt jetzt haben wir den 100 pro gefehlt also Stier das Fusion nicht geschafft hat aber sie meint das haben sie echt scheiß gemacht wenn das hier schon so absetzt hätte sich auch Gojita ruhig in den zweifachen oder sogar dreifachen verwandeln können alle und dann komplett fertig machen was Vegeta Kamehameha wo wollt ihr das sehen Alter hört doch auf wie eklig alright Jaja jeder schützt sein beschüsse Revier macht mich auf Hund und alles ist gut ja wer hat grad einen schlechten witz gemacht du fisch hm das war's dann die Story ist drum ich hoffe euch hat's gefallen mir hat's auf jeden Fall gefallen es hat mir voll Spaß gemacht und auf jeden Fall kommt noch Shin Budokai 2 ich hoffe ihr werdet mir da aufzuschauen ich hoffe ihr fandet es cool ihr gebt mir ein Like für die Quality ihr schreibt was rein wäre echt fresh von euch ansonsten danke für alles thank you for watching see you next time The Blue Gangs is out und wieder spreche von Dragon Ball an jeden Ender Einer vollgesagt be sure be sure to watch the next episode of Dragon Ball Z Peace und wieder auf die 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 dann auf die die gl� die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020